Hey na, herzlich willkommen zurück zu Trails into Reverie. Wir sind weiter einem vierten Akt unterwegs mit der Gruppe von Lloyd und sind am Ende vom Moontempel angelangt. Und ja, ihr erwartet uns jetzt noch einen Bosskampf. Ansonsten sind wir ja soweit durch. Wir hatten ja alles an Gegnern gescannt, alles an Schätzen eingesammelt. Also, let's go! Bringen wir diese Route zu Ende. Wie? Sie ist menschlich! Oh, liebe. Das ist kein Weg, einen Performer zu sagen. Die Dusken Dancer. Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, okay, das war ihm aber auch. Ja, okay, das war's. Ja, okay, das war's. Ja, okay, das war's. Okay, das war's. Ja, okay, das war's. Die waren doch vorher dagegen immun. Ach so, okay. Ja, okay. Okay, das war's. Okay. Okay, das war's. Okay, das war's. Okay. Okay. Okay, das war's. Okay, das war's. Okay, das war's. Okay, das war's. Okay. Okay. Yeah. Okay. 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 Sie wissen genau, was wir sprechen von deinen eigenen Erfahrungen, Ilya. Sie sagten, dass du nie wieder gehen kannst. Aber du hast den Platz mehr als drei Jahre später, wegen der Liebe und Unterstützung du hast. Deine Reifung zu geben, egal wie grün die Wahrnehmungen, gab es Licht und Wettbewerb zu den Menschen von Crossbell, including uns. Und hier bist du, mit dem gleichen Tanz, die die Massen einmal inspirierte, um sie in der Behestung des Supreme Leader. Was ist das, was du so hart hast, über die letzten zwei und ein halb Jahre? Was ist das, was wichtig für dich jetzt? Kannst du mal sehen, Sully und Riesha in die Augen, und sagen sie, das ist die du bist? Was ist das, was wichtig für dich? Kannst du wirklich nachdenken, auf das, was du liebst? Ich... 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 Hahaha, sehr gut. Wenn du es schwer zu spielen möchtest, dann mach es deinen Weg. Was? Das fühlt sich so... Was ist das? Zwei Devils von Gehenna. Jetzt, zeig mir, was die Wahrheit sieht. Wenn du, dass ich mich verabschiede, was du denkst, dass ich verabschiede, was du hast, dann bist du lieber zu prüfen. Glücklich. Wir machen das, alle! Unsere Aufgabe ist, zu verabschieden die zwei Devils und zu neutralisieren Ilya. Es wird nicht einfach sein, aber zusammenarbeiten, und wir können das tun. Das ist für ein Marais. Ich gehe alles raus und schnapp mich zurück in dich. Uh, Lloyds Craft Burning Heart 2, has been enhanced to Burning Heart 3. Interessant. Naja, ich fang mal an, Battlescopts zu werfen. Ich kann das nicht überlegen. Ich fang mal an, Battlescopts zu werfen. Ja, der Crescent Mirror. Vielleicht arbeite ich damit einfach mal. Ja, und ganz schön hart rein, muss ich sagen. Okay, dann geben wir mal in die Offensive, ja. 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 Probier das an für Größe. Rims und Gamm! Ich habe ihn. Da! Schau! Es ist mein Turnier. Einfach nur den Ember für 5 Turns, oder? Als andere hatten wir ja schon so. Oder? Weiß ich nicht. Komm, das benutze ich glaube ich sogar mal. Okay. I appreciate it. Eye for an eye! Black Sun! Scatter thy beauty! Leave it to me! Switch with me! In combat! Thanks! Thanks! Right! Power, proud warrior! Let's go! Zero breaker! They're open! Gotcha! Yeah! Try this on for size! Crimson Gale! Damn! No problem! Target going down! Rebel shot! No! Now's our chance! Again! Here comes the climax! I'll take care of it! All for one! And one for us! Let's all go together! It's my turn! Let's do this! It's my turn! It's my turn! Tiger charge! They're open! Don't you? You mustn't be too in trouble! DS! Here I! Here I go! Let's go! Okay, I'll do something defensive here! 50% damage reduction, 60% 80% 60% Let's do this! I'm going in! Assault Guardian! Here I go! And so begins the dark passion of the Duskin Theater! You're in for a real treat! Uno! Due! Tres! Time to take a bow! Morte! Masquerata! Yeh! Eye for an eye! Going for it! The eye for an eye! This looks cool look, but I thought it was a magic of that. The art of the Darkies! Okay. Okay, okay. procent you're conceded! Come on! Yeah! �� Massachusettsцapreiff on the house! wir haben hier was denn das ist hinzugekommen krits machen wir schaden und offensiver arts abwacht mal kritschaden okay dredd breaker to kenobi ist was was look she's returning to her senses now Lloyd open your eyes Elia Risha and Sully are waiting for you to come back to them Risha Sully I am do as you have been destined dancer dance to your heart seems dance to man falls into the depths of madness Ilya wait we have it sorry little guy you almost had me but it looks like it'll take more than that to bring me back no why does it have to be this way Ilya oh my body mm-hmm I wasn't expecting all of you to come but boy are we glad you did Lloyd are you alright Estelle Joshua it's good to see you all right we're fine yeah but where have I seen that airship before yes we arrived just in time to see one heck of a mess oh now I get what you meant by that lead you had that's right it fortunately bore fruit Risha so you found the courage to take the stage I did Tan San gave me the pep talk I needed I'll be fine now go and do what only you can dance better go go and do whatever it takes to fight for what matters most to me to us now I can face you with strength unyielding for you and for everyone else who loves me Risha and that's the pep talk I needed it's almost time for my final performance we can settle matters between us there until Crossbell don't keep me waiting Ilia well we've got work to do we've rescued the commander and the rest of the CGF which means yeah let's go join everyone on the mountain path a little bit a bit that you have now not to be freed I hope we can still be freed I don't want to be freed I don't want to be freed it was so nice to see that she her 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Senf? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020